hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von manchweb die lea ist auch wieder mit dabei moin hallo und hier schickt erst mal jemand instant seine e-mail-adresse auch toll jetzt müssen wir warten bis der master auf start drückt das kann ja noch da zombies baby ist das ein schönes name gennisch starten weil du mal ein gedanke Mal wieder. So. Ich bin Survivor, du auch. Das ist geil. So. Hello again. Na 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 na. So, ich sehe schon mal einen Generator. Achso, was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass hier ist die letzte Folge Man Trap. Genau. Ah, ein Spaß. Einmal, wow. Einfach mal so random, das ist die letzte Folge, ne. Zieht so, zieht zu, wo ihr jetzt die nächste Man Trap Folge herkriegt. Hier auf jeden Fall nicht mehr. Der Geist ist bei mir in der Nähe. Aber das Spiel werde ich nicht vermissen, ganz ehrlich. Ich auch nicht so buggy, wie das ist. So. Oh, war das riskant. Der Killer wollte hochkommen, aber ich habe schon schnell den Generator gemacht. Boah, bin ich ein riskantes Mädchen vielleicht? Hä, der war im Dings. Achso, wo bist du überhaupt, ne? Hier ist der. Ich bin irgendwo am Rande der Mäste. Das war diesmal nicht ich. Was macht der Typ da hinten? Wir haben den schon fertig. Mario, ey. Spann dich mal. Bei mir kommt der Button nicht. Ah, jetzt. Das hatte ich auch schon öfters. Ich habe gar nicht verkackt. Das ist, ähm, ja. Oh, Zombie Baby ist Killer. Ah, Zombie Baby. Heißt der Mario? Ja, Mario. Mario. Kann mal jemand einen Generator machen? Ich lenke den Killer so lang ab. Ich bin schon dabei. Naja. Erstmal hochzukommen. Beeil dich mal, weil der ist direkt hinter mir. Ja. Sag das der Steuerung, nicht mir. Hallo Mario. Na? Alter. Willst du den Killer haben? Hier, schenke ich dir. Zieh so. Zieh zu, was du mit ihm machst. Nein, warum springt er denn nicht hoch? Da bist du. Da bist du. Spielt hier mit dem Killer. Ich weiß nicht, ob er immer noch hinter mir ist. Nein, der ist bei uns. Hallo. Wow, der Killer ist weg. Der hat gelieft. Der ist auf einmal weg. Ja, moin. Dann wird's ja wieder schillig. Ja, du, du, du. N-n-n-n-n-n. Wir sind die geilsten. Bis gleich. Bis gleich. Na 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 na. Moin. Nidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidli. Moin moin. Ach so alles kreicher wieder. Ich verstehe gar nicht, was die da labern, aber okay. Ach, du bist Master. Du musst auf Start klicken. Hä, wieso bin ich Master? Hä, wollt ihr mich verarschen? Ja, weil er rausgegangen ist. Also ich hätte das noch 10 Minuten gewartet. Hätte ich mir vorstellen können. You are killer? No, I don't care. Äh, wo bist du? Hä, ich sehe... Ich sehe jetzt auf dem einen Generator. Ach, da vorne. Ich wollte gerade sagen, hä, ich habe dich doch gerade gar nicht gesehen. Aber ich habe dich gesehen. So. Es kann sein, dass man das Spiel jetzt einem wieder lauter oder leiser ist. Je nachdem, weil gerade Werbung war. Ich habe den Ton gemacht. Sag mal, ich habe doch hier... Aber ich denke, bei uns hört man regelrecht. Gut. Ist immer so eine Sache mit einem Ton, ne? Ja, das stimmt. Äh, ich war doch im Dings. Wollte mich verarschen. Hä? Ich war doch... Hä? Hä, wir verpassen, das stimmt. So, jetzt. Ich verpiss mich. Hä? Oh, ich fick hier alles auseinander. Das machst du doch ständig. Und du scheißt alles auseinander? Ja. Och, maaaann. Ja, da bist du. Ich stalk dich erstmal. Wo ist denn jetzt der Geist? Wir müssen mich mal hier suchen. Also ich glaube, der spawnte mal hier hinten. Aber der ist nicht mehr da. Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen, den Geist. War einmal ganz kurz, aber nicht in dieser Runde. Warte mal, ich glaube da hinten. Nee. Oh, wir haben schon wieder gewonnen. Yeah. Wir sind die Geilsten. Bis gleich, bevor wieder Werbung kommt. Moin. Moin, moin. Immer diese Russen hier, ey. Können auch mal Deutsche hier sein. Oder wenigstens Engländer. Ja, aber echt, ey. So, ich bin Survivor. Ey, ich slendere hier rum. Wir slendern hier alle rum. Wie der? Oh Gott, oh Gott. Hey, ich bewege mich gar nicht. Ich slendere hier rum. Ja, moin. Immer diese Bugs. Äh, Gott. Ich kann mich gerade überhaupt nicht bewegen hier. Und hier auch nicht, weil ich hier rum slender. Ich spiel, beruhig dich. Gott. Äh. Boah, ich kann auch nicht mehr hüpfen. Ich slender hier einfach nur rum. Ja, und bei mir spackt das Spiel gerade auch wieder so ein bisschen rum. So. Ah, jetzt geht's. Dann wollen wir mal ein paar Zettelchen finden. Hä? Ich slender hier immer noch rum. Was ist denn hier los? Mal leer, ey. Wir haben auch zu slendern hier. Warum haben die jetzt hier einen Zettel übersehen, ey? Lalalala. Äh. 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 Ach, hier ist auch nichts. Ich kann noch nicht mal Zettel aufnehmen. ETF. Echt? Ist ja scheiße. Ich geh mich jetzt festbacken in diesen Raum. Mach das. Geh. Also die Steuerung werde ich hier überhaupt nicht vermissen. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Haha, ich kann mich gar nicht festbacken, weil ich ja gar nicht hochspringen kann. so. Mom, I hate my little thing. Nimm ihn. Hä? Jetzt würde ich mich ja mal bitten. Warum nimmt er den Zettel nicht? Hä? Hallo? Zettel? Jetzt hab ich mich wirklich festgepackt. Haha. Haha. Geil. Ja, moin. Komm mal in den Raum. Nimm den Zettel nicht mehr. Ist bei mir auch die ganze Zeit so. Deswegen hab ich mich jetzt festgepackt. Hier ist zwar dieser Button, ne, zum Aufheben, aber er nimmt den Zettel nicht. Slenderst du auch rum? Weiß ich nicht. Bewegst du deine Arme? Nee. Dann slenderst du rum. Du kannst keinen Zettel aufheben, du kannst nicht springen, du kannst gar nichts machen. Ja, moin. Komm mal in den Raum. Dann müssen wir allen das halt machen. Komm mal in den Raum. Wo bist du denn? Beim Raum. Ich hab mich hier irgendwo hier. Ich bin hier irgendwo in der Wallachai. Weiß ich doch jetzt nicht, wo der Raum ist. Uäh. Uäh. Ja. Die anderen machen das schon. Man kann doch nicht mal Nachrichten schreiben. Zehn Jahre, bis ich mich umgedreht habe. Hier war die Sackgasse, ne? Also, dieser Raum ist echt hübsch. Meine Fingernägel könnten ruhig lackiert sein. Hallo? So, ich bin hier. Du musst hier stehen, wo ich bin. Dann machst du die Tür auf. Und dann bist du festgepackt. Moin. Open. Open. Geil. Für die sich erst mal freut hier. So. Du stehst in mir. Das sieht so eklig aus. Ich kann in dir reingucken. Was denkst du, was ich wohl gerade hier in dir kann? Uäh. Das hört irgendwie falsch an. Ja. Jetzt stehen wir hier und schillen unsere Base. Geil. Läuft bei uns. Ich würde ja auch gerne schreiben, ne? Aber es geht nicht. Ja. Und sonst so. Wir schillen hier unsere Base. Ja. Na, vier Zettel werden sie noch hinkriegen. Ja. Ach ja. Ich werde dieses Spiel garantiert nicht vermissen. Jetzt drehst du dich auch? Ja. Ich will dann. Ich will, ich drehe mich so. Wer dreht sich schneller? Das Battle des Jahrtausends. Ich. Ich. Hier ist die andere Seite. Oh. Entschuldigung. Nein. Oh. Nur noch drei. Uäh. 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 Das sieht ja eklig aus. Uäh. Bleib mal. Moin. Der läuft einfach mal weg. Oh Gott. Ich kann deinen Arm hier sehen. Uäh. Das sieht mal eklig aus. Also liebe Leute, wenn das hier kein Horrorgame ist, dann weiß ich auch nicht. Uäh. Du bist bei mir einfach nur. Uäh. Keine Ahnung. Ich liebe Scheiße. Uäh. Und deine Füße. Die stinken. Uäh. Vor allem, wie wir erstmal gar eine Organe oder so haben. Einfach nur Luft. Auch geil. Aber was willst du bei dem Spiel erwarten? Ach ja. Zack. Boah, das sieht so eklig aus. Uäh. Ich soll in Ruhe kommen. Weil ich seh nur dein... Keine Ahnung, was das sein soll. Geil. Was soll das sein? Ein XXL-Penis? Moin. Kollege, ne? Wir haben uns festgebackst. Willst du mitmachen? Oh, sag nicht. Der backt sich jetzt... Äh, das... Nein. Du musst die Tür aufmachen. Kumpel. Aber du musst drinnen stehen. Hey, Hund. Der hat Angst vor uns. Sind wir so hässlich? Wo ist denn der? Der ist jetzt weggegangen. Ach, mein Hund. Das sieht so eklig aus, ey. Vor allem das Kinn, was eigentlich... Guck mal nach oben. Ja, das sieht so eklig aus. Die Augenbrauen, dann die Nase soll das vielleicht sein, dann der... Das Kinn. Ach so. Ja, aber ich mach jetzt wegen dem Namen. Ach so. Ganz grob deinen Namen an der Decke stehen. Hashtag Thumbnail Time. Wie geil. Thumbnail Time. Scream Shot. Das werde ich bestimmt als Thumbnail nehmen. Hallo. Hey. Hallo, hallo. Na? Na? Ey, jetzt sind alle hier. Moin. Such mal lieber Zettel hier. Close. Open. Los, kommt zu uns. Komm zu uns. Werdet ein Teil von uns. Lasst uns zusammenwachsen. Wir können eins werden. Genau. Und jetzt Tür zu. Ey, auf. Wie dumm seid ihr denn? Oh. Oh. Hahaha. Keine Gesicht. Das ist Thumbnail Time. Guck mal, dein Name und dann darunter dein Gesicht. Voll geil. Das nehm ich als Thumbnail. Leute, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das ist Thumbnail Time. Das ist Thumbnail Time. Oh Gott, dein Face, ey. Kann ich raus? Oh, Mann. Jetzt sind wir wieder... Nein! Mann. Jetzt sind wir wieder vereint. Kann ich irgendwie zurückgehen? Nee, ich kann gar nicht laufen, ey. Kann ich mal springen? Ja, wipp. Ich kann natürlich mal nice fahren. So, finden die jetzt hier endlich mal die letzten zwei Zettel? Oder wie sieht das aus? So, Gott, Gott. Ja, du siehst eher komisch aus. Ja. Barbie, siehst du denn aus? Du siehst genauso komisch aus, weil du genauso aussiehst wie ich. Barbie, die Arme einfach so runterhängen außen nix und drehen sich. Ja. Das war irgendwie genauso. Wollen wir liefen? Ja, ne. Okay, dann bis gleich. Es ist auch nicht so spannend. Bis gleich, Leute. Hast du drauf... Warte! Hast du draufgedrückt? Ich bin noch nicht im Spiel. Ich bin noch nicht im Spiel. Achso. Ich habe noch nicht gelieft. So, warte. Ja, dann warten wir halt mal, ne? Nicht so schnell. Settings. Aha, aha, back. Ich stehe jetzt mal alles hier auf laut. Außer die Musik. Die mache ich mal. So, jetzt bin ich im Spiel. Hast du draufgedrückt? Oh. Ich drücke jetzt drauf. Okay, ich habe schon längst draufgedrückt. Aber Leute, wir sind jetzt hier im Hauptmenü und deswegen wollen wir uns jetzt von Mantrap verabschieden, weil das die letzte Folge war. Und es gibt auch leichte Veränderungen auf unserem Kanal, weil wir einfach zu viel Stress haben, immer so viele Let's Plays aufzunehmen. Und unsere Kanäle haben uns so sehr verändert, dass nur noch Let's Plays da sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass nach PUBG, alles klar, nach PUBG Schluss und nach Mantrap, also nach der letzten PUBG Folge, aber das kriegt ihr da noch alles mit, werden halt neue Let's Plays angefangen. Aber da wird Mittwoch eine Folge hochgeladen vom neuen Let's Play und Sonntag, dann die nächste Woche nicht und immer so weiter. Ja, weil es einfach für uns viel zu viel Aufwand, Stress allgemein etc. ist. Und ich und iHoly streiten uns auch viel mehr, weil es uns einfach nur aufregt. So die ganze Zeit, wann nehmen wir auf, da kommt keine Folge, wir haben keine Folge mehr und das ist einfach zu viel. Wir schreiben nur noch über YouTube und das ist einfach, ja. Genau. Ja. Wir bringen uns gegenseitig auf die Palme und streiten uns noch und nöcher und das muss ja nicht sein, weil ihr wollt ja bestimmt auch noch viele gemeinsame Let's Plays von euch sehen und deswegen haben wir gesagt, wir machen hier einen Schlussstritten. Hasse Mantrap, können wir die Folge jetzt so schnell wie möglich beenden, weil ich hab keinen Bock mehr. Ja. Also wie gesagt, das war's mit Mantrap. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play Together wieder. Und dann sag ich Bye Bye. Bye Mantrap, verpiss dich jetzt. und dann PS5. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.